Komm. Jaggst du mich oder jag ich dich? Hallo und herzlich willkommen bei mir, Davelia the Gamer. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem neuesten Video. Sollte es euch gefallen, lasst gerne ein Like oder Abo da. Und wenn ihr mich mal live erleben wollt, dann folgt mir auf Twitch. Ich kann sagen, dann sind wir gut. Da ist er. Schock. Oh. War beide? Boah, die haben mich gerade sehr erschreckt gerade. Meine Güte. Das Bäumchen gönnen wir uns mal. Zweig. Das war's für heute. Da müssen wir auch gleich wieder die Torches instellen. Jetzt kriegen wir hier direkt Besuch. So, ok. Ja. Komm. Ja. Komm. Ja. Ja. Ja, schön. Die Phantom Membrane können wir auch später für Getränke gebrauchen. Das Einzige was jetzt echt uncool wäre wäre wenn da jetzt so Skelett Reiter kommen würden. Das ist eine sehr effektive Nacht hier. Ja. 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 Wir sind hier bei dem Thema Creeper auf den Kopf fallen. Deswegen bringen wir hier ein bisschen. Na gut, schon eine schöne Ebene hier. Der ist in unserem Terraforming auch ein bisschen im Weg. Dann holen wir jetzt mal eine weitere Schaufel. Ansehnlicher Hochrad. Ja. 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 Ich sehne Spenöpling. Vielen Dank. Okay. 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 Ja, machen wir hier einfach mal ein bisschen was an. Den ganzen Boden rauskloppen müssen. Da kommt nämlich überall Erde hin. Okay. Okay. Die Fenster wieder mit Dirt auffüllen. Okay, das war's mit Erde. Nehmen wir uns mal wieder frische Erde. Quark ich schon mal nach oben bauen. Und ich glaube ein Seed haben wir schon. Eher genau Erde. Wird mitnehmen. Okay, Dirt. Ich denke mal, vielleicht können wir damit auch schon den Bereich hier ausbreiten. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie gesagt. Okay. 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 Das Thema. Da sind's Hits. Da ist eine Spinne. Puh. Einer Schreck. Und dann auch ganz gerne ein bisschen Schreckkraft. Und dann auch ganz gerne ein bisschen Schreckkraft. Wo habe ich denn jetzt eine Vergiftung her? Wo habe ich denn jetzt eine Vergiftung her? Ja, super. Yes. Hat uns auch zwei Phantommembranen gegeben. Sehr nett. Na, das wird doch langsam. Oh, dann haben wir's doch schon fast. Ja, ich denke aber auch, dann haben wir's hier mit der Folge auch schon fast. Wir haben das letzte Mal uns doch ein etwas zu hoch gestecktes Ziel gehabt. Hab gehofft, dass ich jetzt schon Unchantment Table habe. Aber wir werden jetzt erstmal ein bisschen Weizen anbauen und dann ein paar Tiere züchten und die dann wiederum anbauen. Ansonsten haben wir das Problem, dass uns hier die Phantome besuchen. Auch da sollten wir demnächst mal ein paar Schafe finden, damit wir ein paar Betten bauen können und schlafen können, weil dann kommen die nicht mehr. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem Video. Gönnt euch gleich noch eins. Und wenn ihr's noch nicht habt, abonniert mich gerne. Und wenn ihr mich mal live erleben wollt, dann folgt mir auf Twitch. Bis bald. Euer Davelia the Gamer.